der ist nicht hier da ist mir ein reiz oder ist genau hier unter ist der sicher wo ich da reinkommen das ist mir unklar jetzt habe ich auch nirgends ein eingang naja wir zu stellen als punkt da war es das da ist es halt so kommen wir nicht oder jetzt hier einfach immer warte mal das kennen wir noch gar nicht oder die hätten das sowas ähnliches mal gesehen hinterm wasserfall weit auf die schweite so naja da wusste ich auch her so ich bleibe erstmal hier in deckung der packt hat so ja 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 Wer hat doch mein Arme aus. Komm mal durch die Wand. Ich kann nicht mehr. Ich muss ja... Ich muss ja... Der hat die Schlitzer gemacht. Das ist so schief, ne? Leute, aufzuschieben. Der hat direkt den ist ausgepackt. Das ist so schief. Ich brauch zwei Stunden zum Nachladen. Nein! Ich hab gar nicht... Oh nein! Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Was ist? Ich wollte ihn noch fangen. Jetzt hab ich die scheiß Waffe geholt. Ah, verdammt. Oh, defensiv am Blitz. Okay. Mann, das fuckt mich so ab. Ja, scheiß auf den. Ey. Wirklich, ey. Es geht immer so schnell. Dann guckst du dich drauf und zack. Ich muss echt aufpassen damit. So. Wir gehen zum Schnellreisepunkt und dann wir nach Hause. Munition, ey. Munition, ey. Munitionskissier. Schön. Pistole können wir jetzt auch herstellen. Ja. Haben wir doch noch gefunden. Aber trotzdem. Irgendwie kacke. Es war jetzt ein Haken, aber... Gut. So. Einige Scheiße. Dann gucken wir erstmal, was wir... was Schönes gezogen haben. Gleich vorbei. Nehmen wir das krass Angriff da. Finger 68. Ah. Die sind nicht so krass stark. Irgendwann, der hat aber krass verteidigt. Muss ich grad. Boah. Ja, den könnte man vielleicht leveln. Weil der hätte ja schon... acht Dinge reingeballert. Vielleicht... Weil der ist 920. Ich bin mir sicher. könnte aber besser von der leistung her ich setze ihn auch mal die fette klasse team so 6 also fast sieben sieben attacken alter weiß ob hier die sonne aus drin so wie die maschine noch und hier hat sich hier drange begeben aber nicht richtig fertig ich würde sagen ich mache hiervon ein paar pistole müssen die pistole herstellen wo kann man die herstellen oder geht das was wollen wir an metall ja dann müssen wir euch die metallform zeigen dann zeige ich euch mal die metallfarm die hier ist so eine bauen wir jetzt später nochmal hier ist das haus weil ich das echt ein bisschen anders machen müsste zwar hier gehen zum wende müssen weg dann einmal hier so wie auf der anderen seite so das ist schwer im magenknochen das ist schwer im magenknochen so so wenn ich treppe so 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 Hier war auch schon irgendwie so. Ja, aber der Anubis regelt das schon. Ich schau euch an Nubis mal raus, ne? Was habt ihr denn da? 140 Erz. Heilige Scheiße. Okay, was machen? Wir haben aber noch so einen Hackspieß. Den können wir durchs reinziehen. Oh, das war jetzt nicht. Shit. Junge, mit Flammenwärter. Ich kann mich nicht bewegen. Da ist der hier wunderbar. Wo ist das scheiß Erz? Das geht denn je wieder ab. Das geht denn je wieder ab. Ja, nicht alles. So. Dass man es nicht hinsenden kann, ne? Ja, okay. Wir haben noch Essen genug. Äh, nee, warte. Guck mal, alter. So, jetzt sorti ich das wieder alles ein. Äh. Das mache ich schon mal jedes Mal. Joa, was ist denn hier los, alter? Volle Bude. Material. Da, da. Auch vorher haben wir richtig krank. Ähm. Das haben wir hier. Machen wir sonst noch was? Nö. Ja, hier so aus, das kann ich ja auch dahin zufügen. Ja. Nahrung. Äh. Das. Ja. Die anderen Sachen verkaufe ich noch. Ah ja, haben wir euch keine. Also habe ich nicht dabei. Also habe ich... Nicht dabei, ja. Äh, meiner Väter mal was hier. Baumaterial. Hat man da was? Ja, Stein. Aber... Tickelmaterial. Ähm. Nein, nicht das. Die hier. Ach komm, wer da draußen ist. Blume. Wenn den Rest verkaufe ich... Das ist nicht alles, aber... Joa. Piles. Ah, haben wir noch. Erstmal so. Oh. Das war ja nachtraktiv. So, wir gehen mal. Oh, der läuft einfach nur trocken drum. Das hatte ich schon letztes Mal gesehen. Dann dachte ich mir, hey, was macht der da? Hm, wieso sammelt keiner die ein? Ups. Das war zu viel. 20. Ja. So, ich muss mich mal irgendwie einsammeln. So. Nächste Ladung. Jetzt ist mal hin und her zwitschern, ne? Ja, ich will hier oben mal rein. Das wird ja trotzdem gespeichert. Guck dir, weil... Die Markierung ging dann nur bis hier. Da hab ich gedacht, scheiße, das ist genau da stehen. Was machst du da, hab ich das weggesetzt. Na? Ja. Mann, der soll das da weitermachen. Was macht der da? Dieser... Dieser Wolf, oder? Der soll da runter. So. Hey, da ist hell. Also, hier ist auch hell. Guck mal. Was macht der? Hallo? Was transportierst du denn? Am besten verwirrend. Ah, okay. Jetzt macht er. Oder? Genau in der anderen Richtung. Ich glaub, das Teil da stört, ne? Weil ich das neu platziert hab. So, warte mal. Was weiß. Guck mal, nein. Ich ging jetzt ran. Der hat mich grad abfuckt. 65. Ich müsste ein 100 haben. Der ist auch hier verpackt, ne? Da du bist. Das ist mal scheiße. Das sind wir so verpacken. Und der kann sich nicht nix mehr zu essen holen. Der auch nicht. Ist noch jemand ohne... Der so vor allem vor dem Mann ist. Schon wie ein Überfall. Heute haben sie's aber. Aber das ist nicht mehr hier, ne? Schneller Geld weg. Brinkt das Geld in Sicherheit. Allerdings kann ich auch wie nicht so von jeder Seite da irgendwie dran gehen. Nur von der vorderen Seite. Kommen sie, wann kommen sie? Ach du Scheiße. Aber kassieren, ne? Boah. Hast du den Laser gesehen? Von uns. Von uns. Bei der ganzen Nimm ist so einer. Halt dich ja Piss. Toll, jetzt kann ich das Spiel sortieren. Keiner, der das anderes macht. Okay, warte. Zack. Zack. Zack, 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 tock, tock. Ah, das darf ich einsetzen, weil jetzt... Ah, wir schwimmen hier keine Metallbäume. Oh, der ist so langsam, ne? Ich guck mich ab, irgendwie. Guck mal her. Das war ich jetzt nicht. Äh, ich wollte das Ding zum Intim haben. Guck mal, der macht, der macht's, äh, geflext direkt dahin. Ja, weil der ist nämlich schneller, guck mal. Krass schnell der ist. Der hat nämlich auf 3, ne? Feuer. Und dass der momentan ein bisschen verpackt ist. Wir sind ja fast Level 33. Das geht zu schnell. Junge, das habe ich hier aufgebaut. Tock, 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 tock. Oh, das reicht nicht, ne? Müssen. Sorry. Steht den grad so hoch. Ah, doch, reicht. Der 100. Easy. Oh Mann, ey, der hat nur, nur, nur. So, Waffen. Oha. Bisschen versetzter. Kann man rein, ne? Also, die könnte man noch rein. Krass. Die Schnee ist machen. Jawoll, das haben wir hier auch. Joa, wie f... Die wollen, Alter, so viel Metall bahnen. Oh Mann. Ja, das können wir machen. Ali, bleibt erstmal. Wir können ja jetzt auch aufwerten. Das heißt auch, wir werden einen mehr hier draußen haben. Jawoll. Wir sind jetzt in der Stufe 15. Wir können jetzt jetzt dritte Basis bauen. Ja, das Platz, äh, Pals ist durch die Mäldeinstimmung begrenzt. Aktuell maximal 15. Baue, verbesserte Ho... Oh, wie. Noch einen? Oder ist das die Kamera schon, oder? Ah, das ist primitiver. Okay. Verbesserter ist... Hohe. 34. Okay. 34. Okay. 34 ist das nächste Prime. Da werden die aktiv sein. Okay. Ja, guck mal rein. Da hab ich jetzt hier Feuerdüsen. Von den... Von den... Typen. Und Dektodüsen, der ist weg. Ja. Nehmizio ein bisschen. Mit der Mission ein bisschen. So. 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 Da kann ich jetzt noch einen suchen. Ich bleibe auch bei ihm. Ja. 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 Mit ihm müssen wir mal gucken, ne? Tun ihn mal, solange wir mal unser Team leveln ein bisschen. Beziehungsweise, sag's mal. Den hier müssen wir... downgraden. Wer hat sonst noch was? Der hier, ne? Der hier, ne? Der hier, ne? Er hat auch 10, ne? Aber der sagt, okay, bei ihm lass ich das mal. Zurücksetzen. Was ist 9000? Ja, voll. Das weiß ich auch, warum das ganze Gate mal weg ist. Wenn das zurücksetzen mal. So viel kostet. So. Und wo ist der? Hey? Wo ist, äh, der Anbicke? Wo ist, äh, der Anbicke? Oh, da. Okay, dann lass ich ihn drin. verstärkt man mal das ist ätzend ey was haben die denn? so ein paar Bären ich muss irgendwie gefühlt jede 5 Minuten irgendwie neu tanken Robin Hood kommt eh so auch bald raus also das ist kein fester Team Mitglied aber es ist eigentlich ein cooler ich weiß, ob ich ihn upgraden oder er kann aber echt krass attacken ne? sehe ich jetzt erst die attacken 50, 80, 100 alter kranker attacken das heißt diese Level 1 ja komm wir machen ihn mal ein bisschen eine Sammerei okay verteidigung nochmal Angriff ist natürlich krass ja ich guck mal was was man bei ihm machen kann verteidigung ich kann mich krank erhöhen achso ich meine da ist jetzt noch 2 Level drunter ne? ne 3 sogar da geht man schnell so warte mal muss man sich jetzt noch machen aufgewertet äh äh sachen kann man verkaufen aber wir könnten natürlich woanders ein paar Regionen abklappen aber ich weiß nicht ich könnte ja mal ich wollte Schluss machen sonst wird zu viel klar wir müssen nur noch viel Waffe äh äh mit Teil machen was haben wir hier drin hier ist auch ein Sohn drin so schlafenzeit ich stelle mir die Folien zu sehen her ist das noch für ein Kampfjahr ne? äh das hier wahrscheinlich tun ja die das Holz da wegzutragen wird safe schwer aber es ist zu komplizieren so muss ich da komplettes Ding da wird hier mal wieder Holz gelagert dahin gelagert ist auch kacke wir versuchen vermutlich schlafen so hat 30 future schluss so b Vermont ich weiß nicht das ist nicht so viel arbeiter mal unsere ja erst bis zu schauen wir einfach mal welches konzer kommt man so krass fahren das war wieder freundes text haben ich glaube ich war das das ist die stunde der scheine von cherry wobei er kriegt nur bugs so ich bin jetzt und dann ist es hier los ich weiß gar nicht ganz oben habe ich euch gezeigt aber es ist nicht so viel ich habe ein bisschen mehr da gebaut sie war nämlich alles bis hier zu bis hier jetzt haben wir das so hat man das zwischen fenster das auch nicht so dunkel ist die seite ist ja egal da ist ja stein wo man nichts was ist denn hier wieder warum entfernt sich da mal was die da ist die da ist die da ist die da ist nein das hat das draußen platziert ich krieg die kotze da war es doch was da war das war das weiß also scheiße ich möchte scheiß werkbank der umweg machen was sind das für eine werkbank der waffenwerkbank wieso geht das denn nicht was ist nervig sind ich gleich so das ist das nervig man die bauen das ist teilweise komisch gemacht ist jetzt hier die waffenwerkbank und dann gut ist platzieren ich weiß nicht was wir hier für die ecke machen 30 sekunden das und dann wird sagen haut rein bis zum nächsten mal wir haben auch mal probleme in den oberen etagen zu mitzubauen dass das problem bei waffen der kam brauche ich gar nicht mehr ich habe unten die waffenwerkbank dann lasst uns mal die sachen können wir auch was anderes machen ich glaube das ist ja auch eigentlich relativ nicht mehr von wert das weiß ich nicht wasser weg dann aber zum beispiel hier so im schrank oder warte mal hexenkessel ja dekus haben wir eigentlich nicht so sehr jetzt schon wiederhung weiter jetzt schon jede minute ich krieg die krise jetzt passiert hier rein ja gut dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal da wäre schon ein bisschen erfahrender sein war das schon cool gemacht hier alles ne bis dahin jo moin leute es geht hier weiter mit einer neuen version zu parlor sagt jetzt ja auch mal wieder ich habe vieles gemacht offline vielleicht ist ja auch ein bisschen das ich habe ein boss falls auch sehen das heißt auch zu sehen ich habe ein boss falls selber gemacht ich muss ein paar eier boxen mehr machen generell warte mal auch schon woanders sind das ist ja meine so ich denke das ist da im grünen und werden alter so war man hier hier können wir ruhig hier ist noch platz einmal hier ach scheiße ich brauche einen stein alter das ist ein stein ja ich baue mal hier ein bisschen ich habe es auch höher gebaut ne das war ja nur bis da bisher ja das ist jetzt noch eine etage dazu gekommen aber ich habe noch mehr gebaut und zwar aus stein ja und hier habe ich auch mehr in die richtung gebaut die gibt es auch noch ja das glaube ich auch letztes mal gesehen im bett stimmt so was immer da können wir da unten rein setzen da wo der ding zwar war oder gibt das passt das nein das ist die fette zicke ja generell ich weiß nicht das können wir eigentlich alles abbauen ich habe nämlich was anderes mal vor aber dann muss es eigentlich größer sein ich mag ja die erste base die ist ja cool aber ich habe es in der zweiten base das ist irgendwie cool gemacht das wird zum beispiel muss mal weg ich tue es dann mal hier hin so die internet bauen als der ähm hier die felder nichts hier ungut aber müssen wir mal abbauen ähm ja das müssen wir auch leider abbauen äh äh wie sieht es bei essen hier aus ich tue mal alles rein was ich habe ich habe ja auch die anderen sachen ich habe Brot auch noch äter 475 von denen können ach du scheiße ich habe so viele Bären Bären das ist Wahnsinn aber ich habe jetzt gedacht sie machen einen eigenen Schuppenfüll scheiß Mehl Mehl müssen wir machen ich würde hier draußen einen eigenen Schuppen glaube ich machen es kommen hier gerade so voll Ideen die Felder können wir auch unten bauen ähm ja machen wir es so warte mal warte mal Projektion beginnen ich habe hier ja auch Platz warum nutze ich denn nie was aus ich weiß nicht die Felder können wir aber hm muss ich mal gucken gleich ich bin ich ich das ist mal es ist mal so schwer scheiß Steine ja der Eingang ist einfach zu voll gestellt ich habe das so in einer anderen Basis gemacht zeige ich ich gehe jetzt am besten dahin damit ich es euch zeige das glaube ich geiler gemacht ich habe hier alles auf einem Raum geplatziert das sieht nicht so geil aus ähm so wenn ich mal ankomme ich finde es ja super dass man noch gehen kann wenn man übergewicht hat aber das fack mich trotzdem noch ab warte mal weil das so ist doch kein Leben hier die Truhen ist alles perfekt aber die brauchen ja ihr eigenes Haus vielleicht äh das kann weg das kann weg so jetzt haben wir schon mal jute Stück weg ähm ja da müssen wir leider kurzen Prozess machen mit den Feldern warum liegen denn das scheiß Stein denn ja wir sind morgen ja da das kotzt mich ja an ne ich kann das ja auch ein bisschen abschneiden damit das hier nicht so lange in der Hand dauert ich baue hier einfach eine Kiste hin scheiß drauf was für Metall waren keine also ja 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 Das ist ja ein Kloppen. Das Bett ist wahrscheinlich von mir. Ich baue da unten auch mal eine Truhe. Ich muss aber gerade mal ein paar neue herstellen. Ich zeige euch mal, wie ich das gedacht habe. Und zwar gehen wir mal in unsere neuesten Base, da habe ich richtig viel gehandwertet, gehandwerkelt. Ein Boss habe ich mitgenommen. Kann ich euch auch zeigen. Ist Lunaris. Das ist nicht so krass, aber Lunaris halt. Oder da habe ich irgendwo einen Satz. Ist der irgendwie? Ah, da. Lunaris. Ja, die habe ich neu. Das war so ein Boss. Aber ansonsten habe ich keine Bosse gemacht. So, wann ist das die Base? Die habe ich komplett aus Stein gemacht. Aber ich finde die Holzoptik besser, wa? Ja, das ist der Innenhof, sagen wir es mal so. Das ist so krass. Ich muss halt die Deck ein bisschen hoch machen. Tschüch. Ein Palen-Team ist hungrig. Dann ess doch einfach. Die fressen ja mir den Kopf weg, ne? Das ist Wahnsinn. Wieso? Zum einen haben wir hier die Schlafkabinette. So, wollte ich das auch machen. Oder? Das sieht doch keiner aus. Oh, hier fehlt ein Bett. Auch nicht schlecht. Gern machen. Hä? Achso, ne. Ja, das ist richtig. Dann geht es hier raus. Da schnell wurde hier abgebaut. Dann haben wir hier, wer sich nicht benimmt, direkt vom Eingang. Zack. Ich weiß aber nicht, wie die Pokémon da rein. Ich glaube aber nicht, dass so einer da rein passt. Das geht nur für... Naja, es geht doch nur für kleine Offenbar. Da muss ich von draußen, na, es geht doch nicht. Wie geht das nicht? Hm. Da ist die Wolva. Den hier kennt man vielleicht auch nicht, ne? Das ist Ragnarok. Der kann auch gut Feuer machen. Ja, und hier, ne? 2,41. Ähm. Wir haben hier die Steine. Sachen. Hier ist der Holzpfeil. Und hier sind die Laufbänder. Hier wird Pali-Märche. Das ist 264. Tschüss. Dann haben wir die nächste Etage. Das ist heftig groß. Hier sind die Felder. Weil ich jetzt hier auch... 1, 2 dazu machen könnte. Weil ich die halt abgebaut habe. Was haben wir denn? Hier. Hier. Passt du mal einen Sinn. Schade, dass man Bärensamen nicht von Ernten bekommt. Das ist schade. Schade. Ich hätte mir so... Stellen wir so vor. Ja, vielleicht so wie bei... Äh. Wie ist das andere Spiel? Ne? Aber wir können auch... Ähm. 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 andere Samen. Was waren das mal? Wie sagen? Das hier Weizenfelder, ne? Ne? So jetzt. Hier sind die Wohlfüh-Oasen. Und dann... Hier ist so viel leer. Äh. Kannst du die halt immer beobachten, nicht? Bevor wir da hochgehen. Hier ist mein Raum. Hier ist... Das schöne Ding hier. Aber guck das da oben auch raus. Hier habe ich... Totale Arbeiten. Hm. Ne. Ich lass das mal so. Hier ist doch auch eine schöne Truhe. Ein paar Krempel. Oder ein Affel schreit gerade? Nein. Äh. Hier geht's auch wieder hoch. Ja, das Teil kommt einfach da oben raus. Ja. Das ist der Innenraum. Sieht aber auch cool aus. Huh. Am Dach. Einfach hier so... Diese Kirsche und einmal so... ZAAACK! Ein dickes Gebäude hingeballert. Junge. Das ist krank. Ja. So, warte mal. Ich muss eigentlich das jetzt auch machen. Ähm. Guck mal. Hey, schon. Du sollst... Das hier machen. Guck mal. Guck mal. Nicht die Felder. Felder interessieren mich das gerade nicht. Ja, wir sind auf Level 36 schon. Einfach. Das ist... krass. So, oder? Ähm. So. Ja, die Betten müssen wir jetzt gleich... Damagen. Ich weiß nicht, ob mal... hier einen Zweck machen. Dann würde es bis hier gehen. Fäder können wir ja noch... Können wir hier mal Fäder machen. Hier ist ja schön jellig. Ja, hier habe ich eigentlich ein Haus gebaut. Aber... Ich finde, das ist irgendwie auch nicht so geil. Ich baue es komplett immer ab. Bam. So. Dann bauen wir hier Felder hin. Warte mal. Wann machen wir denn... Wie kommen wir denn an den anderen Feldern hin? Wann sind die... Ah, warte mal. Die sind bestimmt hier in dem Technologie-Punkt, ne? Ich habe auch gar nicht... genutzt. Die Technologie-Punkte. Hm. Wann kann man denn einen Tomatenfelder machen? Oh, das ist das. Okay, machen wir das hier. Ultraserver wird auch krass. Große Paltbetten. Die müssen wir ja haben für die Quest. Gartenmöbel-Set ist einfach... Hey, ist auch kein Gartenmöbel-Set. Oh, Wagnau kann man auch reiten dann. Hochwertige Metallrüstung. Oh. Auf 7.3 wird es noch krasser. Ja. Also nicht im Alter, aber... Ja, jetzt kommen wir aus. Oh, nee. Paisaft. Ich safte dir gleich eine. Gibt es die am Händler? Oder wo kann man denn da herstellen? Das ist eine Munition. Seren. Hier ist noch Zement auf der Bank. Polymerplatten. Warte mal. Schaut mal auf die einfache, ne? Ja. 40 Metallbahnen. Ich glaub, die hacken, Alter. Ich glaub, bei denen hackt das. Da unten können wir auch eins was platzieren, ne? Das ist auch so eine leere Stelle. Vielleicht hier auch Felder. Dieser Stein hier, ne? Die Kemen auch nicht abgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr diese Biene gesehen habt. Doch, ne? Habt ihr doch. So.